Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von World of Warplanes. Ja, schnell, ja, der kriegt den irgendwie schneller. Sie könnten nur mehr MGs draufpacken. Ich glaube aber, wir bekommen, dass der dann schnell, ah, wird der dann langsamer. Irgendwann kriegt der halt viel mehr Feuerkraft. Hab ich genug? Nein, hab ich nicht. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit meine freie Erfahrung dafür opfern. Ja, das wäre wieder ineffektiv, hier Bomben drauf zu klatschen. Dann ist das nämlich noch langsamer. Ah, 24 geht, wie die Glase. Komm, spielen wir mal mit dem. Ich frage mich, was es da für Zugehör gibt. Ich könnte ja mal auch Zugehör draufpacken. So, da ich das schon erzählt habe, warum in der letzten Zeit keine Videos, also keine, oder habe ich gar nicht. Ich habe nicht erzählt, warum in letzter Zeit, oder? Ja, ich kam einfach nicht dazu und hatte wenig Lust. Weil irgendwie halt, die anderen Projekte werden auch mehr geguckt. Und zum Beispiel bei Mass Effect kann ich viel länger am Stück aufnehmen. Hier geht das nicht. Zum einen aus zeitlichen Gründen, ich weiß nicht warum. Das scheint in der Natur der Dinge zu liegen, immer wenn ich mir dagegen komme. Jetzt Mass Effect aufnehmen. Zack, läuft das drei Stunden lang. Hier sowas wie, äh, Dings hier jetzt. Ging gar nicht. Hm. Ähm, ich müsste auch endlich mal genau das Ankündigungsvideo für ein Community Match. Aber dann muss ich mir noch überlegen, über welche, also wie ich das mache. Weil zum Beispiel, ähm, hier bei World of Warplanes. Könnt ihr mal vielleicht schreiben, für, also, wenn einer oder du es weißt, ob es hier, Och, nee. Uff, äh, jedenfalls, ob es hier sowas wie Übungsgefechte gibt. Ähm, wäre es halt praktisch. Ich weiß es gar nicht, müsste mal gleich mal nachgucken. Aber, ich meine nicht. Bei Übungsgefechten wäre es halt praktisch. Da könnten sich die Leute sammeln, wenn man so sagt, ja, komm, wir machen jetzt ein Community Match. Und dann, äh, bin ich hier, was weiß ich, wahrscheinlich Low Tier oder so. Oder High Tier oder Mittel Tier oder... Jedenfalls für den Arsch. Ich wäre dann wahrscheinlich eh verreckt. Oder ürete. Ähm. Und dass ich dann die Leute sammeln kann und nicht so irgendwie sagen kann, ja, komm, und jetzt spiele ich mit euch zweimal, äh, in einer Staffel oder mit euch zwei. Und könnte das dann streamen. Das würde auch gehen, aber fände ich halt nicht so schön. Weil ich habe jetzt auch die Livestream-Möglichkeit bei YouTube. Ich könnte es theoretisch machen. Theoretisch. Okay. Das ist dann auch, ich sollte erst mal Hölle gewinnen. Das hat nämlich eben so gut funktioniert. Ich weiß, das soll man generell machen, aber... Meistens funktioniert das bei mir ja nicht. Blop. So. Es sammeln sich hier wieder so viele Leute, okay. Du da. Ich komm schon. Ach, das ist so scheiße. Ich bin zwar immer noch über dem, aber... Ah. Ja. Wieso können das immer alle anderen, nur ich, nicht? Und da drüben sieht es auch gar nicht so rosig für uns aus. So, Waffen ein bisschen wieder präziser lassen werden, tun, tun, tun. Ja, sonst ist es, glaube ich, auch so gut. Sonst ist es, glaube ich, auch so gut. Ich sag's bei uns, und da sind... Sieben. Ah, wir sind rein, wir sind wieder übertragen. Trotzdem sollte ich wieder... Also, okay. Vielleicht kriege ich es ja da auch irgendwann mal den Scheid unterzuliechen. Okay. Aber das ist trotzdem ein bisschen wenig höher. Alter, das ist doch nicht wahr. Immer... Immer das Gleiche. Ach, leck mich doch. Immer wieder das Gleiche. Baum. Immer wieder das Gleiche. Da bin ich erster und dann verreck ich. Ah, ganz. Schlimm ist das. Schlimm ist das, ja. Dann müssen wir ja auch mal wieder fliegen. Ach, der ist wenigstens kaputt. Was haben wir noch da? Wenn die Flugzeuge immer so fucking schnell sind, dann mach ich doch kaputt. Und baum. Hä? Geht das gut nicht mehr? Oder war die beide zu doof? Haha, Motor kaputt. Baum, den kriegst du doch noch. Den kriegst du doch noch. Baum, jawoll. Und der letzten. Nee, die beiden letzten. Nee, die beiden letzten. Also, wie wir bei der Messerschnitte. Alle... Oh, ihr seht nicht so gut aus. Ich glaube, die knallen gleich im Moment, oder? Oh nein, wir haben es nicht mehr. Alle hinter einem. Wo ist der letzte? Der kam mit in irgendeiner Ecke wahrscheinlich ab. Und der auch noch mal. Egal, das werden wir später sehen, ob wir das gewonnen haben, oder nicht. Ich schätze aber mal, ja. Trotzdem, ich wurde, ne? Mal wieder abgeknallt. Wie so oft. Kommt, Messerschmitt. Ui. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Verbesserungen. Spitfire, wie viel brauchst du noch? Oh, das dauert lange. Ähm. Ja, genau das dann Tier 4 auf Tier 5 dauert ein bisschen. Jetzt, ich meine, oder hier. Die Friedrich. Dauert sehr, 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 sehr lang. Ich brauche immer noch diesen besseren Motor. Spielern. Gefecht. Starten. Jetzt. So. Standard-Gefecht. Ich glaube, in World of Warplanes gibt es keine verschiedenen Spiele-Modi. Ich hoffe, dass es mir jetzt nicht gehört. Oh, das sieht doch schön aus. Äh, was ist denn das? Ja, ja, ja. Ja, ja. Die hat mehr Feuerkraft. Ich weiß. Ne. Hier ist es, warum ich nicht mehr Feuerkraft als die. Unlogisch. Ich pflücke Schwierigkeit. Ja, ja, ich bin noch ein bisschen müde. Warte auf Spieler. Boah, ich habe mal schnell geladen. Ich könnte das mal vielleicht für mein Benutzer, die wie dieses Thumbnail benutzt. Mein Thumbnail. Sind das nicht tolle Thumbnails? Aber auch inzwischen dafür die Freigabe. Aber ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich auch einfach so. Dann wäre schon cool, wenn ich so mit Empfang wäre. Ganz cool ist. BAM! Baby. So, bitte schön, dann geht's. Feindkontakt! Gleich werde ich mir das bereuen, dass ich geschossen habe. Das ist wohl Feindkontakt. Äh. Da unten haben wir das Ding. Sagen wir dafür, dass der nicht ungeschraubt bleibt. Okay, so treffe ich nicht. Hilfe! Oh, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe. Oh, hochziehen! Toll, jetzt! Ah, ist das Ding wendiger als ich, oder hat's? Augenscheinlich. Ah, bitte, den aus dem Kreis. Na, ganz toll. Ach, toll, toll, toll. Na! Ja, ohne. Wo bleibt die Verstärkung? Oh, ich krieg die Grenze schon wieder. Habe ich ihn abgeschossen? Äh, komm schon. Ach, du. Aber, 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 aber. Aber, 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 aber. Ich kassier schon wieder, ich kassier schon wieder zwei hinter mir. Geil. Richtig schön. Das gefällt doch. Oh, das war knapp. Äh, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab, bitte, 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 abschießen, bitte abschießen. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Jawohl, danke. Danke, Junge. Und, und? Was? Nee, sorry. War nicht geplant. Was ist das Arschloch hier? Ah, da ist es. Ah, jetzt ist er mir in der Zwischenung. Wieso fliegt er mehr dazwischen? Wieso fliegt er mehr dazwischen? Ich hätte auch mal was killen können. Einmal im Leben hätte ich auch mal was killen können. Schade. Aber ich habe es schaden gemacht. Ja, ihr dummen Luftabwehrgeschütze, ich sage mir jetzt mal scheißegal. Ich bin ein Jäger. Ich jage von Schäumen. Mehr mache ich nicht. In anderen Spielen kann man vielleicht auch als Jäger Boden und Südangreifen, aber hier nicht. Die Rollen sind etwas klarer verteilt. Warum verlieren wir so viel Kriegsstand? Also ich nenne es jetzt mal, ähm, habe ich den Maus. Ja, hier. Das nenne ich jetzt mal Kriegsstand, oder ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt. Kommt schon. Flieg und Sieg! Ein Flieg mal, bitte! Ach ja, doch, da. Die Flieg ist 360, ja. Zu langsam. Viel zu langsam. Geht mal um den Berg hier so herum, weil der wahrscheinlich noch hier abdrehen wird. Wenn die anderen nicht schon vorher erschossen haben. Da, ach man, jetzt geht er doch in die andere Richtung. Der ist so gut wie tot. Ich denke, Fluke, ich weiß. Ah, der ist so gut wie tot. Ich will auch nochmal draufholzen. Komm, ich will auch nochmal draufholzen. Ich will auch nochmal draufholzen. Ich will auch nochmal draufholzen. Schade. Hab mich getroffen. Der Sieg ist unser. Jawoll, Sieg! Ich habe einen Sieg erlangt. Freude! Hey! Lade. Ja, ja, lad du mal bitte schneller. Lad, schneller, hab ich gesagt. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Hier haben wir, ähm, was? Nicht verfügbar. Ja, aber ich glaube nicht. Ja, hier war... Hat der mich... Den hab ich... Oh, was? Wie, hab ich den gekillt oder hat er überlebt? Ich hab keinen, gell? Also würde ich sagen, er hat überlebt. Was ist das denn? Moment, jetzt ist, ähm... Komm schon, hier, die Kills. Achso, ja, ja, hier, null Kills. Smell. Wenigstens bin ich über der Hälfte. Mehr will ich ja gar nicht. So. Okay. Vielleicht mach ich jetzt noch mal ein bisschen... Ja, mal gucken. Hier, so Verbesserungen. Was haben wir denn da? Ja, ich könnte den jetzt zwar holen, das würde mich zuhause kosten. Gewicht. Typ, wassergekühlt. Nivellierbarkeit. Dafür bin ich aber schneller. Ne, ich glaube, da spiele ich noch mal ein Gefecht. Der nächste in irgendeiner anderen Folge. Wir könnten jetzt auch noch mal zum Abschluss mal wieder mit dem hier spielen. Der ist ja uralt. Was kann man hier eigentlich kaufen als Zubehör? Sind das dauerhafte? Vielleicht wissen das, ob... Schlussgeschwindigkeit für Flügel. Cool. Kann ich das für alle kaufen? Zubehör. Boah, ich kann ja ganz tolle Sachen kaufen. Höchstgeschwindigkeit. Yay. Alter. Teuer ist das hier. Oder ich glaube, jetzt würde ein Gefecht noch zu lange dauern für das Ende der Folge. Ne. Gibt's schöne Sachen? Hier. Ja, ich glaube nicht, dass ich dich fange. Äh. Äh.